Uns als Philharer Saubermacher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Kunden fair behandeln. Also ganz nach dem Motto behandeln wir unsere Kunden doch so, wie wir gerne als Kunden auch behandelt werden möchten. Unsere Mitarbeiter haben einfach stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Kunden. Sie arbeiten lösungsorientiert, flexibel und pflegen einen freundlichen Umgang. Serviceorientiert, engagiert, kompetent.